... heute nicht zur Verfügung. Sie hätte sonst über Überlegungen deutscher und auch griechischer Politiker berichtet für Sonderwirtschaftszonen in Griechenland. Es scheint etwas zu sein, was, wenn man sich Berichterstattung deutscher Medien dazu anguckt, zum Beispiel Spiegel oder auch die Zeit aus dem Jahr 2012, scheint es mal etwas zu sein, was nicht von der Träuke ausgegangen ist. Ja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was wir heute behandeln werden, ist der Fiskalpakt der EU, beziehungsweise an die EU angelehnt. Es geht um eine EU-Verordnung in dem Zusammenhang mit Staaten, die nicht den Euro haben, aber EU-Mitglied sind. Das kommt gleich als erstes Thema. Danach haben wir ein Interview mit Frau Dr. Barbara Hölz. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linkspartei. Und es geht um eine Anfrage der Linkspartei bezüglich Kontakte der Bundesregierung, Treffen der Bundesregierung mit bestimmten Banken. Und zum Schluss gibt es noch ein Interview mit der Menschenrechtsberaterin Marion Böker. Da geht es um einen Bericht des unabhängigen Experten beim UNO-Menschenrechtsrat zum Folterverbot. Und zurzeit sagt ja der UNO-Menschenrechtsrat und ist also recht aktuell in Genf. Und da werden wir etwas erfahren über diesen Bericht und auch über den UNO-Menschenrechtsrat. Aber kommen wir nun zum ersten Thema. Frau Sarah-Lucia Hasselreuse, die mit mir unser Politik-Blog macht, wird mir jetzt ein paar Fragen stellen zum Thema Fiskalpakt und zu der EU-Verordnung, die man ändern will. Welche Erkenntnisse ich daraus bezogen habe? Ja, Volker. Was ist denn der Fiskalpakt? Ja, also im Namen des Euro hat man ja verschiedene Gruppen von Mechanismen. Einmal gibt es diesen sogenannten Euro-Rettungsschirm. Mit diesem Euro-Rettungsschirm, da geht es immer darum, dass die Staaten Kredite bekommen und die Auflagen machen im Wesentlichen die Treue aus EZB, Europäische Zentralbank, EWF, Internationales Währungsfonds oder EU-Kommission. Und diese Auflagen werden dann genehmigt in der Regel von den Finanzministern. Das ist das eine. Das andere, was man machen will, ist eine EU-Wirtschaftsregierung. Und das ist das, wofür man den Fiskalpakt macht. Man hat zwar eine Gummiermächtigung gemacht, sogenannte kleine Vertragsänderungen, Artikel 136 Absatz 3, wo man immer neue Mechanismen machen kann. Und Hauptsache, die sind für die Finanzstabilität, also Stabilität des Finanzsektors, wofür man die Metapher benutzt, Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes. Aber man meint eben die Finanzstabilität der großen Kreditinstitute, die im Euro-Währungsgebiet so ansässig sind oder so tätig sind. Und die Wirtschaftsregierung, die man da bauen will, das sind im Wesentlichen EU-Verordnungen. Und die haben entweder keine oder keine hinreichende Grundlage in den Verträgen der EU. Und deswegen macht man den Fiskalpakt. Der Fiskalpakt hat aber noch einiges darüber hinaus. Was man darauf bauen will, möchte ich gleich sagen. Ich würde gerne noch sagen, was der Fiskalpakt noch darüber hinaus macht. Der Fiskalpakt verpflichtet die Staaten, die den Euro haben, erst mal die, dass sie ihre Verfassung ändern und dass sie in ihrer Verfassung eine Rechtsgrundlage schaffen für den verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt. Dann schafft der Fiskalpakt noch Grundlage für Ungleichgewichtsverfahren, für haushaltsmäßige Überwachung. Die drei Säulen praktisch von der Wirtschaftsregierung sind verschärfter Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren, haushaltsmäßige Überwachung. Stabilitäts- und Wachstumspakt hat eine Grundlage in den Verträgen der EU, Artikel 126 AUV, die anderen Sachen nicht, aber seine Verschärfung eben nicht. Man hat die Verträge der EU nicht geändert. Und man will mit dem Fiskalpakt, will man die Mitgliedstaaten sogar verklagen können, vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der soll sich verklagen können, ihre Verfassung so zu ändern, dass ihre Verfassung in der geänderten Form Grundlage wird für den verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt. Was auch im Fiskalpakt drinsteht, es soll nicht mehr als Defizitminderung gelten beim Stabilitäts- und Wachstumspakt, wenn sie ihre Einnahmen erhöhen. Das heißt, es geht nur um Ausgaben senken. Das ist ein totales Sozialabbauprogramm. Und ja, dass man Staaten zwingt, dass man Mechanismen schafft, um Staaten zu zwingen, ihre Verfassung zu ändern, das kennt man sonst eigentlich eher aus dem Besatzungsrecht. Und selbst im Besatzungsrecht, Haager-Landkriegsordnung, Artikel 43 Haager-Landkriegsordnung, ist das eigentlich nur dann üblich, wenn es unbedingt notwendig ist, um die Ordnung in einem Staat wiederherzustellen. Also wenn nach dem Krieg praktisch alles drunter und drüber geht und überhaupt keine Ordnung im Staat mehr ist. Nur dann darf ein Besatzer überhaupt einem Staat aufgeben, seine Verfassung zu ändern oder eine neue Verfassung zu machen, wie wir das ja nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Grundgesetz gesehen haben. Aber hier seziiert es ja um Staaten, die Defizitprobleme, die Schuldenprobleme haben. Das ist nicht mit einer zusammengebrochenen staatlichen Ordnungsvergleichbar. Also ziemlich heftige, besatzungsähnliche Dinge, vor allem Artikel 3 und Artikel 8 Fiskalpakt. Zusätzlich zu dem, was der Fiskalpakt eben Grundlage sein will, zusätzlich zu dieser Gummivorschrift, kleine Vertragsänderung für die Wirtschaftsregierung. Falls so eine Gummivorschrift für rechtsstaatswürdig erklärt werden sollte. Ganz komische Struktur hat der Fiskalpakt, weil EU-Verordnung kann man nur auf Verträge der EU bauen. Fiskalpakt ist kein grundlegender Vertrag der EU. Das können nur Verträge sein, die alle 27 Mitgliedstaaten ratifiziert haben. Und England und Tschechien sind ja nicht dabei. Und dann will der Fiskalpakt die Staaten dazu zwingen, dass man auf ihre Verfassung statt auf die geänderte Verträge der EU, dass sie die so ändern, dass die zur Grundlage wird für die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Seit wann kann eine nationale Verfassung Grundlage werden für EU-Verordnung? Und so ein Durcheinander, der Europäische Gerichtshof soll eigentlich die Verträge der EU wahren. Und hier wird er dafür instrumentalisiert, dass man es die EU-Kommission anleiern kann, dass die Staaten verklagt werden, dass sie ihre Verfassung ändern müssen, damit auf dieser Grundlage grundlegend Verträge der EU umgangen werden. Ja, Frau Kahn, da gibt es ja auch so etwas, was unter dem Sixpack bekannt geworden ist. Und es soll Ungleichgewichte, also behoben werden. Was ist das Sixpack und was ist das Ungleichgewichtsverfahren? Ja, also Sixpack, da geht es um mehrere EU-Verordnungen. Einmal geht es um die EU-Verordnungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Dann gibt es, die gab es schon vor, die sind eben verschärft worden. Dann gibt es noch zwei neue EU-Verordnungen um die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens. Und es gibt eine, die nur neue statistische Anforderungen macht. Sie ist die harmlose Auszeichnung von allem. Beziehungsweise ist es eine EU-Richtlinie, deswegen Six. Und dann zusätzlich, und dieses Ungleichgewichtsverfahren ist Teil davon. Und zusätzlich gibt es die haushaltsmäßige Überwachung. Stabilitäts- und Wachstumspakt, das geht so, wenn ein Staat mehr als 0,5 Prozent Defizit hat, also Haushalt laufend im Minus ist, im Vergleich zu seiner Wirtschaftsleistung eines Jahres im Bruttoinlandsprodukt, dann kommt der Staat ins Defizitverfahren. Der Staat kommt auch ins Defizitverfahren, wenn er mehr als 60 Prozent Gesamtschuldenstand hat im Vergleich zur Wirtschaftsleistung eines Jahres. Die Staaten müssen also entweder sehen, dass sie ihre Schulden nicht so hoch werden oder dass die Wirtschaftsleistung immer hoch ist, sonst kommen sie leicht ins Defizitverfahren. Vor der Verschärfung war das so, dass die Staaten nur dann ins Defizitverfahren kamen, wenn sie mehr als drei Prozent laufendes Defizit hatten. Das ist jetzt nicht mehr. Die Anreize sind verstärkt worden, dass die Staaten auch ihre Sozialversicherung ändern, in der Form, dass sie ihre Sozialversicherungssäule durch eine Riester-Säule ersetzen. Das ist auch beim verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt Auflagen, macht ja immer die Kommission und die Finanzminister entscheiden dann darüber. Dann gibt es das Ungleichgewichtsverfahren. Man nimmt ganz, ganz viele volkswirtschaftliche Kenngrößen mit einem Höchstbetrag und einem Mindestbetrag, Arbeitslosigkeit oder Gesamtschuldenstand noch mal zusätzlich auch beim Ungleichgewichtsverfahren. Es geht darum, möglichst viele Kenngrößen zu haben, ob ein Staat zu viel exportiert oder zu viel importiert. Wenn er über einen Höchstbetrag ist oder unter einem Mindestbetrag, dann sagt man so, Staat, du hast Ungleichgewichte, du kriegst jetzt Auflagen. Und die Kommission kann dann ausdrücklich Auflagen machen zu allen Fragen der Lohnfinanz- und Wirtschaftspolitik und zu allem, was sie handelbar machen will. Nicht handelbare Güter handelbar machen. Das heißt, alles Beliebige, ob es bisher gar nicht käuflich ist, zum Beispiel zum Staat gehört, gemeinnützig ist, dann zu privatisieren und den Weltmarkt zu öffnen oder geschützte Wirtschaftsbereiche im Weltmarkt zu öffnen. Haushaltsmäßige Überwachung sind zwei Verordnungen. Auch Ungleichgewichtsverfahren entscheiden auch wieder die Minister darüber. Aber Kommission entwirft. Haushaltsmäßige Überwachung geht darum, einmal die Verordnung 2011 0386 COD. Die Kommission kann Bund und Ländern in die Haushaltsentwürfe reinreden, kann einzelne Dinge ändern an den Haushaltsentwürfen und kann auch ganze Haushaltsentwürfe zurückgehen lassen. Die nationalen Parlamente oder Bundesländerparlamente entscheiden dann immer noch über die Haushalte. Aber wenn die nicht alle Änderungswünsche der Kommission so durchwinken, wie die Kommission das eingebaut hat, dann in die Haushaltsentwürfe, die die Regierung vorher gemacht hat, dann gilt das als Verletzung des Defizitkriteriums des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Und ein Staat, der kann auch noch so viel Überschuss haben, das gilt dann als hätte er ein Defizit, dann muss er ins Defizitverfahren, dann kriegt er nochmal Auflagen. Das andere Teil von der haushaltsmäßigen Überwachung ist, dass die Staaten, die sich irgendwo anders Geld leihen, als bei diesen Mechanismen der EU, mit diesem Euro-Rettungsschirm, Euro-Rettungsschirm gehören übrigens Griechenland, für EFSM, EFSM und ESM, wenn die Staaten sich irgendwo anders Geld leihen, dann wird ihnen gesagt, so Staat, du hast dir woanders Geld geliehen, du hast noch ein paar Auflagen ausstehen aus dem Defizitverfahren vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, du hast es im Ungleichgewichtsverfahren und wenn der Staat die dann nicht erfüllt, bekommt er EU-Fördermittel gekürzt. Es geht also darum, den Staaten alle Auflagen zum Soziallabor machen zu können, selbst die, die nicht zu viel Defizit in Wirklichkeit haben und nicht akute Haushaltsprobleme und dass die Kommission beliebig in die Haushaltsentwürfe eingreifen kann, beliebig Haushalte in die Dichnein diktieren kann, die EU-Fördermittel, die man damit kürzen will, sind, das steht in 2011 385 COD, das ist das Aktenzeichen, einmal die ELAR, Landwirtschaftssubventionssäule, zweitgrößte Landwirtschaftssubventionsgruppe, so für die extensive Landwirtschaft, dann den Europäischen Sozialfonds, der wird zurzeit unter anderem für Nahrungsmittelhilfen benutzt, da hängen Menschenleben von ab, dann den Kohäsionsfonds für ärmere EU-Bundesländer, also Bundesländer und Mitgliedstaaten und den Strukturfonds für ländlichere Bundesländer und den für Fischerei und Maritimes, überall da könnte man schockartig Kürzungen machen und ja, das ist das, was man darauf aufbauen will und die Wirtschaftsregierung ist die EU-Kommission dann, weil die so viel Macht hinzubekommen. So, dann ist ja diesen, besser gesagt, vergangenen Monat so eine weitere Verordnung aufgetaucht bei der EU-Kommission, die also zur Abstimmung steht oder zur Beratung. Das ist die EU-Verordnung 332-2002-EG. Das scheint ja eine alte Verordnung zu sein. Worum geht es? Ja, die Verordnung 332-2002-EG stammt aus dem Jahr 2002. Es geht darum, dass dort Kredite gegeben werden sollten bis zum Gesamtvolumen von 12 Milliarden Euro. Vergleich zu diesem angeblichen Euro-Rettungsschirm, damit die Gläubiger der Staaten, die einen Euro haben, pünktlich bezahlt werden, sind das ganz kleine Beträge, verhältnismäßig. Es sind auch Staaten mit weicheren Währungen, in der Regel, die eben keinen Euro haben, um denen Kredite zu geben. Und das war damals 2002 noch so formuliert, dass sie Kredite nur erhalten sollten, konjunktiv imperfekt, wenn sie wirtschaftlich-politische Maßnahmen ergreifen, die der Schwere der Situation und ihrer Entwicklung angemessen sind. Rechtsgrundlage war Artikel 143 EU-Vertrag. Und diese Verordnung, die würde man jetzt ersetzen. Und die kriegt jetzt eine neue Nummer, neues Aktenzeichen, 2012 0336 COD. Und die zeigt eine ganze Menge über den Fiskalpakt. Denn der Fiskalpakt, den haben ja 25 EU-Mitgliedstaaten ratifiziert, aber nur 17 von denen haben den Euro. Nur zwei, England und Tschechien, haben nicht ratifiziert. Und warum haben Großbritannien und Tschechien, und was ist mit den anderen acht, die nicht den Euro haben? Die können laut Fiskalpakt sich an alle Vorschriften, wo sie tatsächlich irgendwie etwas zu befolgen haben, können sie sich binden. Sie können sie sich einzeln zusammensuchen, an was sie gebunden sein wollen. Nur, dass sie das Recht haben, an den Gipfeln der Eurozone teilzunehmen. Das ist auf jeden Fall mit dabei. Aber sie können also zum Beispiel, soweit der Fiskalpakt dann dafür da ist, Grundlage zu sein, sie zu zwingen, ihre Verfassung zu ändern, oder für einen verstärkten Stabilitäts- und Wachstumspakt, weitere Vorschriften, oder für Ungleichgewichtsverfahren, oder für haushaltsmäßige Überwachung, können sie sagen, die Vorschriften wollen sie. Und da haben wir uns immer gefragt, ist das denn so, dass die dann auch, dass das auch verbindlich ist, dass die auch die Auflagen zu spüren bekommen, oder wird mit denen nur diskutiert, weil die haben ja nicht den Euro. Und es sieht so aus, die Auflagen sind verbindlich gemeint. Denn mit der Neufassung dieser EU-Verordnung, wo die Staaten ohne Euro Kredite kriegen, das ist einmal aufgestockt auf 50 Milliarden Euro, und dann gibt es jetzt einen schönen Artikel 5, der besagt, dass die Staaten einen vorsorglichen Kredit kriegen können, wenn sie bestimmte Dinge erfüllen. Den vorsorglichen Kredit, dafür müssen sie ihre Auflagen erfüllen, die sie auf Basis oder anknüpfen an Artikel 121 und 126 EU-Vertrag bekommen. Artikel 126 EU-Vertrag ist so die Rechtsgrundlage für das Stabilitäts- und Wachstumspakt mit seinen Defizitverfahren der bisherigen Fassoform. Und Auflagen, die sie im Ungleichgewichtsverfahren bekommen haben, auch die müssen sie erfüllen, einen vorsorglichen Kredit kriegen zu können. Und müssen eine tragfähige Zahlungsbilanz haben, und müssen noch Zugang zu Kapitalmärkten, zu akzeptablen Bedingungen haben. Und da sieht man wieder die Absicht der Bankenrettung, und zwar nur die großen Banken, die stehen im Mittelpunkt. Artikel, Entschuldigung, es ist Artikel 4, nicht 5, sorry. Artikel 4 ist das. Und da ist es, Absatz 1 Buchstabe F, dass es bei den Staaten keine Solvenzprobleme gibt, bei Banken, die eine systemische Bedrohung für die Stabilität des Bankensystems darstellen können. Das heißt, alle großen systemrelevanten Banken, die dürfen keine akuten Zahlungsprobleme haben. Und nur, wenn die Staaten das sicherstellen, also mit ihrem Staatshaushalt gerade stehen dafür, dass die ganz großen Banken keine akuten Zahlungsprobleme kriegen, kriegen sie so einen vorsorglichen Kredit. Und wenn sie, und damit wird eben auch Druck gemacht, wenn sie so einen Kredit haben wollen, einen vorsorglichen, dann, dass sie ihre Auflagen einhalten, aus dem Stabilitäts- und Faktor- und Ungleichgewichtsverfahren. Aber wenn die da ihre Auflagen kriegen, dann heißt das ja, die Staaten, die ihren Fiskalpakt ratifiziert haben, da sollen auch diese Mechanismen, die für die Staaten mit Euro sind, auch schon mal angewandt werden. Und wenn die Staaten aber das nicht alles erfüllen, dann kriegen sie Auflagen zu verschärften Bedingungen und vor allem zusätzlichen Bedingungen, die sie nicht schon im Stabilitäts- und Wachstumspakt, Defizitverfahren oder im Ungleichgewichtsverfahren gekriegt haben. Also das ist parallel zu dem sogenannten Euro-Rettungsschirm für die Staaten ohne Euro. Und ja, da sieht man, dass der Fiskalpakt gedacht ist für alle Staaten der EU. In welchem Verhältnis steht denn dieser EU-Verordnung zum sogenannten Euro-Rettungsschirm? Ja, also diese EU-Verordnungsverschärfung ist ja jetzt noch nicht beschlossen. Das ist eben parallel dazu, für die Staaten, die keinen Euro haben. Und Euro-Rettungsschirm, das ist eben so vierstufig. Erst Griechenlandshilfe hat man als EU-Verordnung gemacht, anknüpfend an Artikel 122 IOV. Dann hat man den EFSM gemacht, auch als EU-Verordnung. Da hat Irland Geld bekommen und was noch übrig war im Geld, hat Portugal bekommen. Da hat man EFSF gemacht, hat man so eine Zweckgesellschaft gegründet, ähnlich wie eine Bank, an der die Staaten beteiligt sind, die den Euro haben. Und wo die Staaten Auflagen kriegen, da ist ein Teil des Geldes an Portugal gegangen, dann Griechenland im Rahmen der Umschuldung und hat extrem harte Auflagen gekriegt, im Rahmen der Umschuldung vor allem 2012, Februar, März. Und da hat Spanien einen Kredit bekommen, aber für die Banken, gar nicht für die Spanier selbst, und hat da bei EFSF nicht so harte Auflagen bekommen. Jetzt hat man ESM einen dauerhaften Rettungsschirm, der ist vor allem für das Staateninsolvenzverfahren da. Das ist dafür, wenn die Staaten dann wirklich nicht mehr zahlungsfähig sind, um einen souveränen Staatsbankrott zu vermeiden, dass die Staaten nicht selber entscheiden dürfen, wie viele Schulden die sich streichen. Und damit die privaten Gläubiger dann auch noch den Staaten Auflagen machen können. Das ist bei dieser EU-Verordnung, habe ich zumindest bisher nichts gefunden. Für die Staaten, die keinen Euro haben, nicht dabei. Da will man nicht auch noch eine... Also es geht um Bankenrettung. Ja, Artikel, wie schon dieser Artikel 106 Neues Absatz 3 Satz 1 Aufbau zeigt, für die Staaten, die einen Euro haben. Und hier bei dieser EU-Verordnung parallel will man etwas Ähnliches machen, wie bei dem angeblichen Euro-Rettungsschirm für die Staaten, die keinen Euro haben. Und es beweist eben, hier sagt man ja, diese Staaten, die keinen Euro haben, dass die auch Auflagen haben aus dem Defizitverfahren und aus dem Ungleichgewichtsverfahren. Das heißt, es beweist, der Fiskalpakt ist auch für die gedacht. Ist das denn genauso Ultravirus so wie die anderen Verordnungen? Ja, also. Ultravirus heißt ja kompetenzüberschreitend. Kompetenzüberschreitend ist ja schon mal, dass man EU-Verordnung da stützen will auf einen Vertrag, der außerhalb des EU-rechtlichen Raums ist. Nur was alle 27 EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben, Großbritannien und Tschechien haben das nicht getan, kann ein grundlegender Vertrag der EU sein. Das Fiskalpakt ist ein ganz normaler völkerrechtlicher Vertrag. Und da macht man sich aber an, da in Artikel 3, 4, 5, 7 Grundlagen zu schaffen für Verschärfung, Stabilitäts- und Wachstumspakt. In Artikel 5, Absatz 2 für die haushaltsmäßige Überwachung. In Artikel 9 für das Ungleichgewichtsverfahren. Ein Vertrag, mit dem man von außen Rechtsgrundlagen schaffen will, für EU-Verordnung. Das ist sowas von völkerrechtswidrig. Und dann, Fiskalpakt ist ein Vertrag mit einfachem völkerrechtlichen Rang. Das ist kein EU-Recht. Damit will man dann noch eine Grundlage haben, die Staaten zu zwingen, unter Benutzung eines Organs der EU, der EU-Kommission, die dann, die darf entwerfen, was die Staaten in ihre Verfassungsannahme einbauen sollen. Nämlich, dass das Grundlage wird für Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Und die Kommission kann auch, was sie für richtig hält, noch mit dazu packen. Und das vom Europäischen Gerichtshof einklagen lassen. Da spielen Organe der EU mit, außerhalb des EU-rechtlichen Raums. Das könnte man sich vorstellen, das ist genauso ein Durcheinander, vielleicht wie bei einem Fußballspiel, wenn die Fans völlig unkontrolliert über den Platz rennen oder die Spieler über die Ränge stürmen. Und nur, es ist halt sehr viel ernster. Hier wird heftigst in die Souveränität der Staaten eingegriffen. Hier wird es nicht mehr als Defizitminderung gerechnet, wenn die Staaten ihre Einnahmen erhöhen. Das geht in Richtung Ausverkauf der Staaten und der EU-Kommission eine Diktatur-ähnliche Macht zu geben. Ja, ich sage dann jetzt erst mal danke. Wir werden uns ja gleich nochmal mit dem Thema zu Big2Field-Banken behandeln. Ja, kleinen Moment. Und nachdem Volker jetzt gleich geendet hat, machen wir Musik. Man hat sich übrigens, damit man die EU-Fördermittel, die genannten also EU-Sozialfonds, Maritimismus- und Fischereifonds, den zweitgrößte landwirtschaftliche Säule, Kohäsionsfonds, Strukturfonds, instrumentalisieren kann, dass man diese Fördermittel schockartig kürzen kann, wenn die Staaten ihre Auflagen nicht erfüllen, hat man noch eine EU-Verordnung gemacht, 2011 0276 COD. Und da wird ausdrücklich angeknüpft, nicht nur daran, wenn sie ihre Auflagen eben aus Stabilität zum Wachstumspakt nicht erfüllen und Ungleichgewichtsverfahren, sondern auch, wenn sie ihre Auflagen dann aus dem ESM nicht erfüllen. Oder wenn sie ihre Auflagen, jetzt kommt es auch, aus EU-Verordnung 332 2002 EG nicht erfüllen. Das Gleiche würde natürlich gelten in dieser neuen Verschärftenfassung. Das heißt, man wollte doppelt sicher gehen, dass man die Staaten unter Kontrolle kriegt, dass man sie erst möglichst abhängig macht von EU-Fördermitteln und dann, dass er zusätzliches Druckmittel hat, wenn sie ihre Haushalte nicht ändern wollen, wie die Kommission das will, dass man ihnen schockartig diese EU-Fördermittel kürzen kann. We made love. We made it real, gave it a name, believe what we feel, feelings are all the same. I made love, I made it real, I made it soft, oh, to the feel, but I didn't make me. We made believe, we made mistakes. Guilty we see, who separates, separation is but a dream. I made believe, I made mistakes, I made it clear that my heart aches, but I didn't make me. guitar solo He created me. He created the world, he created the mind, gave us all free will. What we chose, we imprisoned in time, time is a toy of the dead. I made love, I made war, I made so much money, I came back with more, but I didn't make me. I made an image of myself, imposed my will and lived to tell of the towers and wonders that I had created. I came back to find they'd all disintegrated. Built a cathedral, got down on my knees. I made my mark, but I didn't make me. No, I didn't make me. No, I didn't make me. No, 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 no. No, no, no. I made my mark, but I didn't make me. No, I didn't make me. I made my mark, but I didn't make me. Guten Abend. Frau Dr. Höln, die Linksfraktion hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt bezüglich Kontakte der Bundesregierung mit bestimmten Banken. Worum geht es dabei? Was ist Anlass der Anfrage gewesen? Sie wissen ja vielleicht, dass derzeit in Baden-Württemberg ein Untersuchungsausschuss die Beziehungen zwischen dem ehemaligen Ministerpräsidenten untersucht bezüglich der EnBW und der Bank Morgan Stanley. Wir haben jetzt in der Bundesrepublik Skandale gehabt, dass sich Kommunen auch regelrecht verzockt haben, Cross-Border-Leasing-Geschäfte getätigt haben, zum Beispiel auch in Leibniz die Wasserwerke. Wir haben eine Situation mit Griechenland, dass der griechischen Bevölkerung de facto Bedingungen diktiert werden, die also wirklich zu unsozialen Auswirkungen führen in Größenordnung. Und uns ist in dem Zusammenhang wichtig gewesen, welche Beziehungen gibt es eigentlich von Seiten der Bundesregierung, also zu maßgeblichen Geschäfts- und Investitionsbanken. Und Bündnis 90 die Grünen hatten schon eine kleine Anfrage gestellt, die Beziehung zwischen der Investmentbank Morgan Stanley und ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bundesregierung. Und ja, ich habe einfach das auch ausgeweitet und nachgefragt nach den Beziehungen eben zu anderen Banken, zur Deutschen Bank AG, zur Commerzbank, zu Goldman Sachs. Und wollte da wissen, wie ist das eigentlich in dieser Wahlperiode gelaufen? Welchen Zugang hatten diese Kreditinstitute, die ja nach unserer Auffassung einen wesentlichen Anteil auch an dem Zustandekommen der Finanzkrise haben, nun auf die Entscheidungsprozesse der Bundesregierung? Sie haben sich hauptsächlich konzentriert auf die größten deutschen, amerikanischen und schweizerischen Banken? Ja. Weil das sind alles Investmentbanken, beziehungsweise Banken mit einer starken Investmentbanking-Abteilung wie die Deutsche Bank. Und sie sind auch gleichzeitig die wichtigsten Anbieter von Dienstleistungen, also von Beratung und Anlageprodukten für die Vermögensverwaltung, eben auch für die öffentliche Hand. Und damit haben sie natürlich schon einen sehr, sehr großen Einfluss und einen großen Stellenwert auch. Welche der genannten Treffen, die die Bundesregierung ihre Antwort vom 11. Februar 2013 genannt hat, sind Ihnen besonders aufgefallen? Wo lohnt es sich vielleicht nachzuhaken? Nun, also ich muss natürlich sagen, dass es schon erstmal interessant für mich war, dass die Beantwortung dieser kleinen Anfrage relativ lange gedauert hat. Ich habe sie Anfang Dezember abgegeben und normalerweise wird eine kleine Anfrage in zwei, drei Wochen beantwortet. Bei der Beantwortung dieser kleinen Anfrage bat die Regierung zweimal um Fristverlängerung und sie kam dann eben Mitte Februar am 14. Februar mit einem sehr, sehr langen Vorwort, was auch nicht unbedingt üblich ist, in diesem Vorwort für die Bundesregierung aus, dass es also keinesfalls eine vollständige Erfassung ist, wissen, was sie jetzt hier öffentlich gemacht haben, da sie zum Beispiel nicht einstellen kann, inwieweit am Rande von bestimmten Meetings oder Einladungen es auch Kontakte gab und unterhalb der Führungsebene die Dienstkontakte sind auch nicht erfasst. Wenn man das schon mal im Hinterkopf hat, ist es doch ein Jahr verblüffend, wie nicht vielleicht einzelne Kontakte, sondern insgesamt die Häufigkeit der Kontakte, wobei natürlich schon herausragend ist die intensive Beziehung von Goldman Sachs, also von Herrn Brandt, zur Bundesregierung, dass der ja insbesondere mit dem Staatsminister im Kanzleramt, Herrn Eckart von Kleden, 25 Gespräche führte, in dem abgefragten Zeitraum in dieser Wahlperiode seit 2009. Und da muss man einfach feststellen, das ist natürlich schon ein sehr, sehr intensiver Kontakt. Und für mich ist dann hier auch die Frage, man das mal vergleicht, mir ist nicht bekannt bisher, dass also wirklich Menschen oder Organisationen, die der Finanzbranche gegenüber kritisch sind, die also zum Beispiel die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern wahrnehmen, dass die einen ebenfalls solch direkten Zugang haben zu den Spitzen der Bundesregierung. Und da ist einfach, glaube ich, ein Ungleichgewicht. Und ja, also wenn man Menschen, diejenigen, die ja auch persönliche Verantwortungen tragen, dass sich die Finanzbranche so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, das, was uns in eine Krise geführt hat, und diejenigen dann offenkundig auch in der Krise nicht einfach nur ihre Probleme darlegen können, was, also ich will ja nicht sagen, man darf mit ihnen gar nicht reden, aber dass sie dann einen solch offenbar großen Einfluss haben, dann auf das, was wir im Gesetzgebungsverfahren machen, das finde ich schon doch erschreckend. Und wenn man sich das ansieht, als die Krise ausgebrochen war, gab es ja Forderungen auch, dass man dauerhaft und nicht nur zeitlich begrenzt, oder nur für die Banken, die dann jetzt teilverstaatlicht wurden, dass da eine Begrenzung der Managergehälter, der Begrenzung, aber auch der Investmentbanker erfolgen müsste. Solche Maßnahmen sind ja die Fakten nicht durchgeführt worden. Und da würde ich schon sagen, es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn man mit den Menschen, mit denen man laufend redet, dann vielleicht sagen müsste, also ihr habt jetzt hier wirklich mehr als Mist gebaut, und wir erwarten einfach auch, dass mal politisch, also dass auch Verantwortung übernommen wird, und wir finden es richtig und rechtens, dass dann eben eine solche Beschränkung erfolgt. Das ist ja nicht Erfolg und nicht wie in der Schweiz da jetzt eine Volksabstimmung, doch auch dem zumindest mal in einer gewissen Hinsicht, denke ich, dann auch ein Wiegel vorschieben wird. Was für uns aufgefallen ist, die deutschen Mittelstandsnachrichten haben eine Menge berichtet über Einfluss von Goldman Sachs und wer alles bei denen auf der Gehaltsliste stand oder steht, von Mario Draghi bis Mario Monti, selbst noch als der Regierungschef von Italien war, hatte gleichzeitig noch einen Beratervertrag bei Goldman Sachs und Papademos war mal für Goldman Sachs tätig, vorübergehender Regierungschef von Griechen, dann noch Papandreou. Und interessant ist ja, da waren so viele Treffen mit Goldman Sachs und da ist überhaupt kein Tagesordnungspunkt angegeben, keine Überschrift, bei anderen Banken hat man die Überschriften gemacht. Ja, das ist also eine Frage, die sich lohnt, es noch weiter dran zu bleiben. Die Einflüsse sind also so unmittelbar, man kann schon auch nach diesen Auflistungen das Gefühl bekommen, dass also die Waren hier auch offenkundig über die Personen, also Goldman Sachs ist nicht gewählt, ist kein politisches Organ, aber hat einen wahnsinnig großen Einfluss weltweit auf Entscheidungen in der Politik. Das finde ich schon erschreckend. Das muss ich einfach sagen. Da ist ja nichts an parlamentarischer Kontrolle, sondern es wird unmittelbar eingespeist. Und es ist einfach etwas, was auch im demokratischen System, was da viel am Platz ist. Also wir brauchen, dafür wählen wir Parlamente, wir wählen Regierungen und hier muss auch eine Transparenz da sein und es muss zumindest gewährleistet sein, zumindest, dass gleichermaßen Zugang von verschiedenen Interessengruppen auch auf den jeweiligen politischen Entscheidungen gewährleistet ist. Und das glaube ich ist offenkundig nicht der Fall. Was uns auch aufgefallen ist, die Taz hat im Juli 2011 berichtet. Da war ein Gipfel rund um den Euro, dass Josef Ackermann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, die deutsche Bundeskanzlerin offiziell für den Gipfel beraten hat. Bei den Gesprächen habe ich auch nichts gefunden, wo die Deutsche Bank einmal den Euro auf die Tagesordnung gebracht hätte, bei den genannten Terminen, nur die Commerzbank. Aber da habe ich medial gar nichts gefunden, wie die Commerzbank sich um den Euro kümmern würde. Ja, also da hat ja die Bundesregierung eben eingeräumt. Sie können das jetzt hier nicht, die Transparenz nicht voll herstellen. Es ist keine lückenschlose Aufstellung. Diese kann nicht gewährleistet werden. Das ist einfach eine Position, die die Bundesregierung hier so einnimmt. Und man muss sich dann eben wirklich immer wieder nachfragen und das so zur Kenntnis nehmen, dass es eben weit über das, was normal in Gesetzgebungsverfahren ist. Also wenn es bestimmte Probleme gibt, dass es natürlich dafür Lösungsvorschläge geben muss. Dass man da vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen und Ansichten nehmen könnte. Es erfolgen interne Anhörungen im Ministerium. Es erfolgen dann aber auch öffentliche Anhörungen in den Ausschüssen, also auch im Finanz- und im Haushaltsausschuss, wo Positionen vorgetragen werden. Aber wenn im Prinzip man den Eindruck erhalten muss, dass das meiste schon im Vorfeld abgeklärt ist, in enger Verbindung mit der Finanzbranche, also über die Insektüge, die wir jetzt reden, dann heißt das natürlich auch im Umkehrschluss, dass das, was an öffentlicher Beratung dann noch stattfindet, eigentlich wahrscheinlich oftmals nur noch Placebo-Beratungen sind. Und die wirklichen Vorschläge auch von der Opposition, also auch Vorschläge insbesondere meiner Fraktion, wurden ja nicht aufgenommen. Also wir waren für eine Bankenabgabe, die dann wirklich die Verursacher der Krise mit heranzieht, dass sie dann auch die Risiken mittragen, dass es nicht erfolgt. Wir haben also wirklich wieder im Prozess eine Privatisierung der Gewinne, die stattgefunden hat, in der Sozialisierung der Risiken, der Verluste, der jetzt Übernahmen, Risikoübernahmen auf die öffentliche Hand. Und das ist etwas, womit ich und meine Fraktion wirklich überhaupt nicht einverstanden sind. Das ist ja eher das Gegenteil. Man nimmt ja eher willentlich in Kauf, dass die Staaten alle insolvent werden, um nur die Banken absichern zu können. Also das ist einfach, das kann man ja, es geschieht natürlich in der öffentlichen Diskussion. Also besonders augenfällig ist ja Irland. In Irland war es keine Staatsschuldenkrise. Irland, Staatsfinanzen waren in Ordnung. Es gab ja eine Bankenkrise, die dann der Staat übernommen hat. Also um die Banken zu retten, gab es dann eine Staatsverschuldung. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ein Staat falsch gewirtschaftet hätte. Und hier muss man einfach sagen, ich habe nicht das Gefühl, oder ich weiß, dass auch die Bundesregierung aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, dass sie nicht konsequent herangegangen ist, jetzt irgendwie die Macht der Finanzmärkte einzudämmen. Also es liegt auf der Hand, dass wir als wirklich unmittelbar verschiedene Möglichkeiten hätten, Instrumente, wo sich gerade die Bundesrepublik und die Bundesregierung als stärkste Volkswirtschaft in Europa eine sehr starke Position hat. Und natürlich, wenn sie hinter bestimmten Maßnahmen, wenn sie die Maßnahmen in Angriff nehmen würde, ist dann auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, das international durchzusetzen. Und von der wirklichen Regulierung der Finanzmärkte sind wir also immer noch meilenweit entfernt. Nehmen wir den Punkt Finanztransaktionssteuer. Alle wissen, dass diese Finanztransaktionssteuer, wenn sie dann kommt, und es gibt ja nun inzwischen auch aus der Koalition da viele Stimmen dafür, es gibt auch immer noch Stimmen dagegen, insbesondere aus der FDP. Trotzdem wird sie nicht, selbst wenn sie international geschlossen wird und um europäisch, wird sie nicht sofort greifen, wird nicht dieses Jahr mehr kommen. Wir haben gerade in der vergangenen Sitzungswache wieder im Bundestag diskutiert und in einem Gesetz verabschiedet, wo vorgeschlagen wurde, um den Hochfrequenzhandel, also das, was wirklich ein der Auswüchse der Entwicklung der Finanzmärkte der letzten Jahre, dass in Bruchteilen von Sekunden Aktien unvorstellbar, also Finanztransaktionen, der Kaufverkauf von Aktien, von Fremdwährungen erfolgt, im Bruchteil von Sekunden. Und dass man da als eine Regulierung sagen könnte, eine Mindesthaltefrist, das darf nicht einfach eine Computereingabe und dann läuft ein Programm, sondern eine Transaktion darf immer erst nach wenigstens einer halben Sekunde stattfinden. Da sagten Fachleute im Finanzrausschuss in der Anhörung, durch eine solche Maßnahme könnte man über 90 Prozent dieses hochreifkannten Hochfrequenzhandels, so nennt er sich, weil es eben so ganz schnell geht, könnte man lahmlegen. Aber die Bundesregierung will das eben nicht. Es gibt jetzt ein Gesetz, was sich zwar Regulierung verspricht, aber eben wieder de facto keine Regulierung ist. Und das ist einfach eine Situation, wo man sagen muss, letztendlich können die Banken so weitermachen wie bisher. Bei der Antwort der Bundesregierung kam als Tagesordnungspunkt ziemlich häufig vor, bei Gesprächen mit verschiedenen der genannten Großbanken und auch relativ gleichmäßig verteilt, Finanzmarkt- und Privatisierungsumfeld. Ja. Was kann damit gemeint sein? Gibt es aktuelle Gesetzgebungsprojekte der Bundesregierung, die Richtung Privatisierung gehen, die damit gemeint sein können? Also das kann ich jetzt nur vermuten. Aktuelle Privatisierungsabsichten gibt es nicht. Wir wissen aber, dass natürlich Privatisierung von Gütern der öffentlichen Hand, also zumindest von Teilen der Koalition, immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Insbesondere von der FDP kann man das ständig, wirklich immer wiederholend hören, solche Vorschläge. Und wir wissen selbst, dass in den letzten Jahren es ja die verschiedensten Privatisierungsversuche gab, also bis zur Deutschen Bahn, die dann ja letztendlich durch die Krise scheitert ist, muss man an der Stelle sagen. Wir haben im vergangenen Jahr eine große Privatisierung gehabt, TLG Immobilien GmbH. Das ist der Besitz, der noch da war aus der DDR und durch die TLG, Treuhand-Lingenschaftsgesellschaft, verwaltet wurde. Dieses wurde als ein oder maximale Aufspaltung zwei Pakete auf dem Markt angeboten und wurde verkauft für 1,1 Milliarden an die amerikanischen Investoren Lohnstar. Also das sind auch, ja, ist eine Gruppe, die nicht dafür bekannt ist, dass sie langfristige Investitionen zur Entwicklung von Standorten machen will, sondern wo Maximalprofit im Vordergrund steht. Und wir wissen auch, dass die Privatisierungen, wenn sie jetzt auch nicht für große Unternehmen, so viele Bundesunternehmen gibt es ja auch nicht mehr, die man noch privatisieren könnte, natürlich immer wieder auch eine Rolle spielen als Anforderungen zum Beispiel auf kommunaler Ebene. Es gesagt wird, also Kommunen, die eben hochverschuldet sind, dass sie Haushalte erst dann genehmigt bekommen von einer übergeordneten Behörde, wenn sie alle Möglichkeiten ausgenutzt haben, um ihre Finanzlage zu sichern. Sprich im Klartext, wenn sie auch alle Privatisierungsbemühungen angestellt haben, um noch ihr Tafelsilber zu verscheuern. Und das ist eine Politik, eine Haltung, eine politische Haltung, die sich durchzieht bei bestimmten politischen Kräften. Zum Glück, muss ich wirklich sagen, erkennen auch immer mehr Menschen und auch Kommunen zum Beispiel, dass die Betriebe der öffentlichen Daseinsvorsorge, Energieerzeugung wirklich wesentliche Voraussetzungen sind, um überhaupt gestalten zu können, wenn man sie dann auch in der öffentlichen Hand hat. Was glauben Sie, warum manche anderen Parteien sich so stark von Banken beeinflussen lassen? Ja, das muss man natürlich eigentlich die anderen Parteien direkt fragen. Also mir ist leider immer noch am Ort, dass Herr Steinbrück, als er Finanzminister war, vehement im Bundestag gekämpft hatte für die Zulassung von Hedgefonds. Wo wir als Linke gesagt haben, Hedgefonds brauchen wir in Deutschland nicht. Und es nützt mir auch nichts für Zulassung, die dann so ein kleines bisschen reguliert ist. Wir haben einfach in den letzten zehn Jahren einen Mainstream gehabt, dem sich alle politischen Kräfte bis auf den Bundestag, also wirklich angeschlossen hatten, bis auf die Linkspartei, die Regulierung zulassen und das freie Spiel der Kräfte, welches hier wirken würde. Und das ist einfach eine Fehlentwicklung. Die Macht der Banken ist fast ungebrochen. Und das ist eine Entwicklung, die tut dem Gemeinwesen nicht gut. Die schadet nicht nur vielen einzelnen Menschen, die schadet auch der Wirtschaft insgesamt. Denn kein klein- oder mittelständisches Unternehmen hat eine Chance, in einer solchen Politik, unter solchen Rahmenbedingungen, tatsächlich sich so zu entwickeln, wie es das vielleicht anders könnte. Und ja, es ist letztendlich wirklich menschenfeindlich, meines Erachtens. Wenn immer nur hier der Profit von mir wegsteht, Maximalprofit für Fonds, für Investmentbanking und es geht eben nicht mehr um reale Investitionen. Ich meine, da ist der Hochfrequenzhandel ein offenkundiges Beispiel dafür. Niemand kann doch innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden, ob es sich lohnen würde, eine Aktie einer bestimmten Firma zu erwerben, als langfristige Geldanlage. Oder überhaupt, also dass sich da wirtschaftlich was entwickelt. Es geht erst dann wirklich um Spekulationen, dass in einem Sekundenbruchteil minimale Währungsunterschiede ausgenutzt werden, minimale Erwartungen also ausgenutzt werden. Ja, und das ist einfach eine Entwicklung, die muss eingedämmt werden. Die muss begrenzt werden, damit wir da auch eine Chance haben. Das heißt, also im Klartext geht es mir darum und meiner Partei das Primat der Politik wieder zurück zu gewinnen. Wenn ich mir anschaue, Politik und Banken, zumindest über viele Jahre hinweg, gehörten ja deutsche Banken und in Deutschland auch immer mit zu den größeren Parteispendern. Und Banken findet man ja auch gerne mit involviert bei Denkfabriken, die wiederum versuchen, Politiker einzubinden. Ja, also die personellen Verquickungen, die Verquickungen über Spenden, über Einspeisungen sind vielfältig. Das ist ein System, was sich über Jahrzehnte herausgebildet hat. Das ist einfach so und ist letztendlich immer wieder ein Anrennen dagegen. Und ich glaube aber, dass die Öffentlichung, also die Veröffentlichung dieser Beziehungen schon ein wichtiges Mittel ist für ihre Kontrolle. damit nicht alles im Dunkeln geschieht, sondern dass es offenkundig wird, wer hat denn hier den größten Einfluss und wer hat das Sagen. Das heißt, es könnte vielleicht ein guter Ansatzpunkt sein, gerade bei den Antworten, die die Bundesregierung gegeben hat, wo sie nichts sagt, was war standen auf der Tagesordnung. Da mal nachzufragen. Ja, also ich werde auch weiter an dem Thema dranbleiben. Das auf alle Fälle und ich denke, es ist für uns wirklich ein wichtiger Bereich, einfach Transparenz als Mittel unter Politik auch in diesen Bereichen herzustellen, mit den Möglichkeiten, die wir damit auch im Bundestag haben. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, dass die nächste Anfrage schon am Montag eingereicht wird, denn man muss auch klug fragen, um dann auch die Antworten zu erhalten und dass derjenige die nächste Frage natürlich nicht einfach sich herausrichten kann. Das braucht dann auch ein bisschen Arbeit. Ja, wer die Anfrage nachlesen will, das Aktenzeichen ist Drucksache 17 11456 findet man auch auf der Webseite des Deutschen Bundestags unter bundestag.de Vielen Dank, Frau Dr. Höll für das Interview. Und jetzt spielen wir gleich Musik und danach kommt das Interview mit der Menschenrechtsberaterin Marion Böker. Herzlichen Dank. Bitte schön. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Wir sollen belovers Tell me what kind of lovers we would be Finally we should never talk together In spite of all the sadness of my tears my heart receives this as a stone which I woke up my window You've hurt me like no one did before Did before I think I need some compassion I drive my own competition By the way you were great upon now We probably met a few times later But it surely make us stronger Face to face with life Don't you see This time I was waiting for your need For your need Fight to the sword and do not turn around Say okay and please and send me why Make a break on this side or retry again Share between the reason and the life I don't know where we're all going to But I really won't directly fall in your arms Don't tell me why Don't ask me how Just take a thong page Just take a thong page Just take a thong page If I did you someday that I don't love you You ain't know that this is a dead light Something strong is falling It's beding into my veins See we're back to the beginning It's just a vicious circle we build here Don't be afraid to see me while they're crying At the price we have to pay for this To pay for this Back to the start and I'll just turn around Say okay please don't tell me why Forget the break We decide to retry again Now I know that dreams can become true And I can see our feelings through So I need won't direct me fall in your arms Don't tell me why Don't ask me how Just take it don't change Just take it don't change Just take it don't change Untertitelung des ZDF, 2020 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 aufkommen. Das ist ja oft im Hintergrund eine wichtige Entscheidung oder Streitpunkt. Folter, das ist doch nach der Anti-Folter-Konvention CAT, da muss ja immer ein Vorsatz gegeben sein und es muss zumindest der Staat entweder involviert sein oder es dulden. Und wenn kein Vorsatz ist oder der Staat es nicht einmal duldet, dann kann es aber immer noch unter erniedrigende Behandlung fallen. Ja, also am besten ist, man holt sich das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen oder Strafe. So genau heißt das Abkommen und das wird als CAT abgekürzt. Das ist die englische Abkürzung für Convention Against Torture. Man liest am besten dann den Artikel 1 des ersten Teils selber, wo diese Definition ist. Die ist so lang, die möchte ich jetzt auch nicht vorlesen. Es ist gewissermaßen richtig, was du gesagt hast. Es ist aber in dem Bericht von dem Sonderberichterstatter Juan Mendes jetzt immer wieder hervorgehoben, dass hier vor allen Dingen der Staat, auch wenn es private Folterer oder brutal Behandelnde oder Bestrafende sind, immer in der Pflicht bleibt, das einzelne Individuen zu schützen. Also das ist ein ständiger Streit in den letzten Jahren, auch um die Umsetzung der Menschenrechtsabkommen, wie wohl bei anderen Themen überall bei den Menschenrechten, dass der Staat immer gesagt hat, ich muss oder ich habe eigentlich nur Einfluss auf staatliche Maßnahmen, staatliche Bereiche, zum Beispiel die Privatwirtschaft, Medien. Wenn ein Mensch zu Hause seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, da kann ich ja nicht rein. Wie soll ich das schützen? Da gibt es einen, ich glaube, in der Diskussion fiel hier irgendwo Paradigmenwechsel mittlerweile aus verschiedensten Richtungen, auch aus den Überprüfungsausschüssen zu den UN-Menschenrechtsabkommen. Auch von Seiten der NGOs ist das jahrelang gesagt worden. Es kann nicht sein, dass der Staat sagt, hier und da tue ich was, aber in ganz vielen Gebieten nicht. Und es da zum Beispiel zur Willkür Menschenrechtsabkommen kann. Das heißt, heute geht man davon aus, dass der Staat eine Schutzpflicht hat und die in allen Bereichen des Lebens zu allen von ihm unterzeichneten ratifizierten Menschenrechten im Einzelnen zu gewährleisten hat. Das heißt, wenn eine private Person oder Institution foltert oder wie im Gesundheitswesen, wie in diesem Bericht ja ausführlich beschrieben, wo und wie das vorkommt, gegen wen das vorkommt, wenn es Krankenhäuser sind, Ärzte sind, wenn es psychiatrische Kliniken sind, wenn es gegen Minderheiten und bestimmte Gruppen geht, muss der Staat sagen, Moment mal, wenn ich davon Kenntnis habe, dann muss ich diese Leute schützen. Ich muss etwas tun, zum Beispiel mit den Krankenhäusern reden, zum Beispiel, ich bin ja auch Expertin für Gender Budgeting. Er müsste ja im Prinzip hingehen und sagen, Moment, also wenn es da in dem Krankenhaus vorkommt, kann das keine staatliche Subvention mehr bekommen, keine Fördergelder für diese Forschung, keine und so weiter. Oder für die Stelle, wo es genau passiert. Dann muss man aber da reingehen und mit diesen Leuten reden und sehen, dass die Situation umgehend unverzüglich aufhört. Und davor haben sich viele Staaten immer gedrückt. Also es ist ja vielleicht dazu sagen, da foltert eine private Institution, da haben wir nichts mit zu tun. Also so ein Krankenhaus, die sind ja heute in der Regel privatwirtschaftlich organisiert. Das ist eine der großen Themen, die hier in diesem Bericht ganz allgemein, ganz am Anfang auch schon hervorgehoben werden. Und auf der Seite 6 ist auch direkt die Vorsitzende des UN-Frauenrechtsabkommens, also aus dem Überprüfungsausschuss dazu, Silvia Pimentel genannt. Die kommt aus Brasilien und hat genau diese Schutzpflicht des Staates nochmal hervorgehoben. Bei dem CEDAW-Abkommen oder der Konvention zur Abschaffung jeder Form der Diskriminierung gegen die Frau oder aufgrund von Gender wird schon lange darüber diskutiert. Und da gibt es auch eine allgemeine Empfehlung 28 über Artikel 2 von CEDAW. Das ist jetzt wirklich fachchinesisch, aber da ist das ausführlich erklärt, was diese Schutzpflicht meint. Und hier ist es jetzt, dass von den anderen Gremien in der UN und anderen Ausschüssen und so weiter sozusagen alle wieder zusammensitzen und diesen Menschenrechtsrat und seine 47 Staatendelegierten belehren oder informieren. Und das heißt, bestimmte Sachen, die in kleinen Gremien und Teilen der UN bekannt waren, scheinen hier jetzt in diesem Bericht nochmal zusammengefasst zu sein auf dieses Schwerpunktthema. Das heißt, der Menschenrechtsrat arbeitet eher thematisch und holt sich auch das Fachwissen von den Menschenrechtsfachausschüssen zu den einzelnen Menschenrechtsverträgen der UNO. Und während die anderen eben eher vertragsspezifisch arbeiten. Und deswegen nimmt er auch auf Dokumente Bezug, wo er gemeinsame Stellungnahmen gemacht hat. Ich glaube, auch mit einem Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Höchstmaß an Gesundheit, was man ja im UNO-Sozialparken in Artikel 12 findet. Genau, was sich aber in anderen Menschenrechtsabkommen auch wiederholt. Also da gibt es immer einen Artikel 12 oder manchmal auch eine andere Nummer, aber wo das Recht auf Gesundheit wiederholt wird. Bei Kinderrechtsabkommen, natürlich bei dem neuen Abkommen über die Rechte der Menschen mit Behinderung. Bei CEDOR ist es Artikel 12. Ich glaube, bei dem Antirassismusabkommen, CERT, ist es auch so. Bei Migrantinnen und Arbeitsmigranten in dem Abkommen, was ja die ganzen Europäer nicht gezeichnet haben. Aber kommt es auch vor, das ist natürlich ganz wichtig, das Recht auf Gesundheit. Und es leitet sich ja unter anderem ab oder kommt ziemlich gleich auch nach dem Recht auf Leben in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Was hat denn jetzt der Herr Mendez besonders hervorgehoben? Wo kann es zu Folter oder erniedrigender Behandlung kommen? Was war in seinem Bericht besonders wichtig? Was hat er viel Raum gegeben? Ja, also ich denke, er hat sehr viel Raum gegeben. Ich möchte das jetzt mal auf die besonders bedrohten Gruppen. Das ist das Neue, dass es hier nicht allgemein um Krankenhäuser und um zum Beispiel Strafgefangene geht oder um Erpressung von Geständnissen von entweder Kriminellen oder der Kriminalität Verdächtigen, sondern er guckt in Krankenhäuser. Dann kommen noch Kliniken und Psychiatrien oder psychiatrische Abteilungen, die ja auch in diesen Krankenhäusern, also im Gesundheitswesen zu finden sind. Und was das wirklich Sensationelle ist, weshalb wir auch darüber reden wollten, war, dass er aus auch anderen Diskussionen aus verschiedensten sich positiver entwickelnden oder langsam entwickelnden Diskussionen in der UNO zusammenfasst und aufgenommen hat unter den besonders bedrohten Gruppen, dass es allgemein sich um Minderheiten handelt oder die so behandelt werden als Minderheiten, ausgegrenzte, marginalisierte Gruppen und oft diskriminierte und dass die besonders sozusagen anfällig sind durch Krankenschwester, durch Ärzte, durch Meinungen der Krankenschwester und Ärzte oder durch Ideologien, wie auch immer, durch Behandlungen, also scheinbar medizinische Behandlungen, die überflüssig sind, schwer beeinträchtigt zu werden und das unrechtmäßig, ohne Zustimmung als Patienten zum Beispiel. Und unter diesen besonders bedrohten Gruppen, ich blätter jetzt gerade so ein bisschen, da drin sind extra genannt Schwule, Lesbische, Bisexuelle und Transsexuelle oder Transgender- und Intersex-Personen, wer genau gucken will, Seite 18 kommt das besonders vor, es sind aber auch Prostituierte oder Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, es sind Kinder und da wird aber bei Kindern wieder aufgenommen, es können auch Transgender- oder Intersex-Kinder sein und es gibt noch mal ein größeres, Menschen mit Behinderung natürlich, das kann auch alles sich überschneiden, also manchmal kann man mehrfach in mehrfache Minderheiten oder in Überschneidung mehrfache Diskriminierung erleiden und ist noch anfälliger, hier solchen Folter oder besonders brutalen, unangemessenen Maßnahmen ausgesetzt zu sein. Und auf der Seite 23 wird noch mal speziell über die Gruppe der lesbischen, schwulen, bisexuellen, Transgender- und Intersex-Personen gesprochen, die bei dem Artikel 3 Absatz 88 insgesamt des Textes, findet man dann auch mehrfach woanders genannt, diese sogenannten Heilungs- oder Umkehrungstherapien. Und da kann ich sagen, habe ich ja selbst hier in Berlin Erfahrung gemacht und eine Familie beraten, wo ein Mädchen sozusagen so geheilt oder umgekehrt werden sollte durch einen Arzt in einem sexualmedizinischen Institut. Ja und hier sind, denke ich, auch in der Folge der Debatten seit 2009 bei CEDOR, wo wir ja auch zusammen waren als deutsche NGOs, wo ihr diese Themen vorgebracht habt und ich glaube, der CEDOR-Ausschuss, der Frauenrechtsausschuss da sehr angetan von den vielen, vielen Fakten war und gesagt hat, da muss man jetzt mehr machen und man merkte ja dann, dass der Menschenrechtsrat 2011 mehrfach diese Thematik dieser Gruppen ventiliert hat, dass die Gruppen auch beim anderen Abkommen, beim Sozialpakt über wirtschaftliche soziale und kulturelle Rechte hier Berichte abgeliefert hatte, wo auch das Thema Folter schon zugewiesen wurde. Das hatte übrigens damals Frau Dr. Schöpf-Schilling vom CEDOR-Ausschuss auch schon 2008 gesagt. Das ist ja eigentlich Folter. Und ich glaube, es gab ja auch einen Alternativbericht unter dem Folterabkommen im Überprüfungsausschuss zu CAT von euch auch und von diesen Gruppen innerhalb ganz anderer Bündnisse, die dort, also NGOs, die ihre Informationen dort unterbreitet haben. Und das wird dann wieder zurückgewiesen oder nicht zurück, aber das wird zirkuliert und kommt eben auch bei Reden von Ban Ki-moon, von Hillary Clinton im Jahr 2011 im Menschenrechtsrat an. Es gab einen Beschluss, dass verschiedene Sonderberichterstatter Fakten sammeln. Beispielsweise hat letztes Jahr ja auch oder Ende vorletzten Jahres, aber bekannt geworden ist, der Anfang letzten Jahres, die Sonderberichterstatterin über Gewalt an Frauen und Mädchen, beziehungsweise aufgrund von Sex und Gender auch schon einen Bericht vorgestellt über Gewalt gegen LGBTI, sage ich jetzt mal kurz, man möge mir das verzeihen. Und jetzt ist eben dieser Berichterstatter dran und berichtet hier aus dem, was im Gesundheitswesen vorkommt, an Folter. Ja, bei zwischengeschlechtlichen Menschen geht es ja vor allem darum, ob man sie als Kleinkinder umoperieren darf, dass sie wie Jungen oder Mädchen aussehen, ob man den, ob die Eltern alleine diese Einwilligung geben können. Und da haben Sarah und ich in der Tat an zwei Parallelberichten von intersexuellen Menschen e.V. mitgearbeitet. Einmal zum SIDO, also Frauenrechtskonvention, einmal zum Sozialpakt, jeweils auch immer mit dem Schwerpunkt Menschenrecht auf höchstmaß an Gesundheit und da gibt es eben in dem allgemeinen Kommentar Nummer 14, also die Auslegungsempfehlung von dem Menschenrechtsfachausschuss Nummer 14 ist zum Menschenrecht auf Gesundheit und da sind Formulierungen drin, ich glaube Texte veracht, das ist quasi aber nicht auswendig, wo es darum, wo in etwa dasselbe drinsteht wie in der patientenrechtlichen Tradition von informierter Einwilligung, was ja an sich kein eigenes Menschenrecht ist, aber wo man dann aus dieser Empfehlung interpretieren kann und das ist auch der Auffassung, dass es ein Teil des Menschenrechts, dass es dem Menschenrecht auf höchstmaß an Gesundheit dazugehört, die informierte Einwilligung einzuhalten. Und es scheint ja sich sehr weit die Auffassung auch verbreitet zu haben, jetzt auch beim Menschenrechtsrat, denn der Sonderberichterstatter spricht auch viel von der informierten Einwilligung, nicht nur bei zwischengeschlechtlichen Menschen, auch bei anderen Patientengruppen und betont es auch zur Vermeidung von Folter und von erniedrigender Behandlung. Genau, also ich meine, das ist ja eine gute Gelegenheit, hier auch mal ganz ausgeweitet über Gesundheitswesen und eben über diesen medizinischen Gesundheitswesensbereich zu schreiben, wo natürlich diese Patienteneinwilligungserklärungen entwickelt worden sind. In den anderen Berichtsverfahren ist das ja alles immer nur so ein Unterpunkt und so ein Bericht gibt natürlich die Gelegenheit, hier richtig mal ins Detail, in die Fülle zu gehen. Und dieser Bericht hat natürlich auch gesagt, nicht, dass jede medizinische Behandlung in einem Krankenhaus gleich Folter ist. Also die haben sehr vorsichtig natürlich sich daran entlang definiert, an der Definition des Abkommens, das ist auf der ersten Seite gleich eingangs, wird das natürlich in dem Bericht noch mal wiederholt. Und der Berichterstatter, Sonderberichterstatter Mendez berichtet ja auch öfter, dass es eben sozusagen, es gibt Folter, es gibt diese unadäquate brutale Behandlung und es kann sie geben. Also es kann Behandlung geben, die das sind. Aber er sagt eben vor allen Dingen in dem Zusammenhang, was zwischengeschlechtliche Kinder angeht, also Babys muss man ja sagen, um das zweite Lebensjahr herum, dass solche Operationen gänzlich unerforderlich und unnötig sind. Das heißt, völlig unnötig wird diesen Menschen nicht nur in einem Alter, wo man gar nicht zustimmen kann, Organe oder entfernt und die werden zugerichtet quasi, was dann ja lebenslange Folgen hat, die gar nicht einzuschätzen sind und die eben überflüssig sind. Und es wird ja auch noch mal erwähnt, dass das dann im Bereich der reproduktiven Gesundheit und Folgen hat. Wichtig ist eben einfach, dass einerseits keine Zustimmung erfolgt und zum anderen es überhaupt keine Begründung gibt, warum das sein muss. Was mir noch aufgefallen ist in dem Bericht an Themen, die ich für sensibel halte, ist, wo er denke, wo er auch einen gewissen Raum gegeben hat, ist einmal zu transsexuellen Menschen, dass er kritisiert hat, dass es in verschiedenen Staaten Menschen, dass es ihm nicht genügt, wenn sie die Ernsthaftigkeit zeigen, dass sie ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem Körper beeinstimmt, sondern dass sie sich auch noch operieren lassen müssen. Da gibt es ja, soweit ich mich in Sinne, Urteile aus verschiedenen Ländern zitiert, ein Urteil vom deutschen Verfassungsgericht, was das in Deutschland gekippt hat. Aber glaube ich nicht das erste. Ich meine, da war auch in Österreich schon vorher was gewesen. Ja, und in Schweden. In Schweden. Es geht vor allen Dingen um die reproduktive Gesundheit, dass manche Länder diesen Menschen schlichtweg vorschreiben. Und sie müssen sich jetzt Zwang sterilisieren lassen. Also Zwang. Das benutzt natürlich der Staat nicht. Also sterilisieren lassen. Dahinter steht irgendeine komische Ansicht, dass diese Menschen sich nicht fortpflanzen dürfen oder könnten keine Kinder dann kriegen. Oder naja, also diese, diese Missvereinengung in Zweigeschlechtlichkeit, wo dann gleich auch noch die Rolle als Vater, Mutter und so weiter zugehört. Oder wer gebiert, wer darf überhaupt Kinder gebären und so weiter. Also auf jeden Fall keiner, der jetzt männlich ist von der Geschlechtsidentität oder Biologie her und von dem nicht erwartet wird, dass er Frau ist und Kinder kriegen kann oder nicht akzeptiert wird. Und diese Zwangssterilisierung sind schwere Menschenrechtsverletzungen und sind ja auch verschiedentlich bei anderen Minderheiten, zum Beispiel Roma in Tschechien und woanders schon vor Gerichten. Auch vor den internationalen UN-Menschenrechtsausschüssen. Und hier geht es eben bei den Transgender-Menschen meistens darum, dass diese auch zwangssterilisiert werden sollen. Und nicht dürfen und nicht dürfen. Das müsste ich jetzt auch nicht so im Raum stehen lassen. Also das Wichtige bei dem Bericht ist ja auch am Ende kommen ganz klare Forderungen. Und da steht natürlich, dass die Staaten zum Beispiel ein absolutes Verbot erlassen müssen über zwangsmäßig und nicht durch Einstimmung zustande kommende medizinische Interventionen oder Behandlungen gegen Menschen oder an Menschen mit Behinderungen oder auch an Psycho-Behandlungen mit Elektroschocks bei Medikamentengaben ohne Einverständnis. Und da geht es auch noch mal um Transgender und zwischenschlechtliche Menschen. Also hier soll Einheit geboten werden und dieselben Verbote sollen auch bei diesen sogenannten Umkehrungstherapien oder Heilungstherapien diese merkwürdigen Sachen erfolgen. Also man muss am Ende, das ist ganz wichtig, diesen Katalog der Forderungen nehmen, die ja den Staaten mitgegeben werden. Also für Deutschland gilt, alle diese Empfehlungen des Sonderberichterstatters, der Bericht ist ja verabschiedet vom UN-Menschenrechtsrat, sind ab jetzt erst mal auch hier in Deutschland umzusetzen. Gut, das ist noch kein eigenes Abkommen über die Rechte von, für die Rechte von Transgender oder zwischengeschlechtlichen Menschen. Aber im Rahmen des Gesamtwerkes der Menschenrechte haben wir jetzt hier einen Ausführungskatalog. Was muss Deutschland machen? Was ich auch noch gesehen habe, was Herr Prober gesprochen hat, ist einmal bei Behinderten, dass man Behinderte so weit wie möglich, wie sie halt in der Lage sind, dass sie selber informierte Einwilligung ausüben sollen. Dass man nicht sagen kann, weil sie eben geistig behindert sind, praktisch spricht jemand anders ganz für sie, sondern so weit wie möglich, müssen sie selber gefragt werden. Und ich habe gesehen, er ist auch ausführlich auf das Thema Schmerzmittel eingegangen, wenn jemand Schmerzen hat und dass es auch Folter oder eine niedrige Behandlung sein kann, wenn man jemandem, wenn nicht die Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass Menschen Schmerzmittel bekommen. Ja. Ja, ich habe mich jetzt damit nicht so besonders auseinandergesetzt. Ich habe es auch gesehen, genau. Also es geht darum, dass im Grunde der ganze medizinische Bereich nicht einfach über Menschen hinweg handeln kann, sondern immer aufklären muss, immer fragen muss, bist du jetzt informiert, was der Beginn der Behandlung, das Ende, die Folgen der Behandlung ist? Bist du jetzt bereit oder später bist du bereit mit diesem Medikament, mit dieser Methode hier, mit diesen Ärzten und so weiter und so weiter? Wenn der Patient Zweifel hat, muss man ihn natürlich aufklären, was passiert, wenn er es nicht macht, aber der Patient entscheidet. Wir haben, ich sage mal, mit den Behinderten oder Menschen mit Behinderungen, die ihre Entscheidung selber treffen sollen, auch gerade in Deutschland hier, aber auch in der EU, solche Diskussionen auf ganz anderem Gebiet. Da geht es zum Beispiel darum, können Sie wählen gehen? Alle. Kann jemand wählen gehen, der vorher nicht weiß, wen er wählen geht? Und ich habe neulich jemanden erlebt bei einer Tagung in Osnabrück, wo auch das Hochkommissariat für Menschenrechte und viele NGOs anwesend waren, hat ein Arzt, ein Jurist gesagt, also die meisten Menschen, 70 Prozent der Menschen wissen, wenn sie in die Wahlkabine gehen, nicht, was sie da ankreuzen sollen. Und ich denke, das kann man, also kurz bevor sie das Kreuz machen, und ich denke, sowas kann man auch übertragen. Menschen mit Behinderungen wissen ebenso wenig, was so eine Tablette oder so ein chirurgischer Eingriff alles veranstaltet. Sie sind abhängig von der guten, von der, wie soll man sagen, ehrlichen Aufklärung durch Ärzte. Und sie haben aber, alle Menschen haben möglicherweise Ängste, Bedenken, möchten etwas rauszögern, und schätzen einen, ich brauche es jetzt noch nicht, ich möchte vielleicht auf einem anderen Weg gesund sein oder lieber Schmerzen aushalten, als herumzudämmern. Und insofern geht es immer um diese Selbstbestimmung, die die Krankenhäuser einfach nicht wegnehmen können, nach dem Motto, ich weiß besser, was für dich ist. Und was macht man jetzt in der Praxis mit dem Bericht? Geht man es zur Politik hin? Geht als Patient im Krankenhaus, kann man auf seinen Arzt zugehen? Was macht, was kann man praktisch machen? Ja, ich meine, wenn man eingeliefert wird oder wenn man irgendwie Notfall hat, wenn man beim Arzt ist, hat man in der Regel nicht UN-Dokumente in der Tasche. Aber es wäre richtig gut, wenn alle Menschen von klein auf in der Schule lernen, erstens du bestimmst mit, zweitens, es gibt sogar Rechte, die das vorschreiben. Vielleicht macht man kleine Zusammenfassungen dessen, was heute Stand der Rechte ist, wenn ich zu einem Arzt gehe, wenn es um Behandlung geht, wenn es um meine Zustimmungspflicht geht. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die vorbereiten sich auf solche Sachen. Und vor allen Dingen, ich denke, die Minderheiten und diese besonders gefährdeten Gruppen müssen angesprochen werden, wo wir wissen, dass das einfach passiert. Und ich meine, man kann auch ein zweijähriges Kind nicht damit ausstatten, mit einem Zettel und sagen, bitte sag nein. Also da muss man mit Eltern, mit der ganzen Umgebung, mit Kindergärten und so weiter reden. Ich denke, es ist wichtig, dass alle Menschen jeweils in ihrer Schulzeit und vielleicht auch in späteren Lebensphasen mitbekommen, wie es um die sehr, sehr vielen Menschenrechte steht, wie das heutige Verständnis oder das auch bestimmt in zwei Jahren schon wieder anders dastehende, erweiterte Verständnis davon ist. Unsere Regierung oder auch sicher andere tut nicht wahnsinnig viel, um diese Kenntnisse zu verbreiten in der Bevölkerung. Sie hat aber die Pflicht, das wissen wir alle, in jedem Menschenrechtsabkommen steht an irgendeiner Stelle, die Bundesregierung klärt alle ihre Bürgerinnen und Bürger und Einwohner auf, was in diesem Abkommen steht. Also die meisten Menschen haben davon noch nicht zu viel gehört. Und das wird also zusehends vielleicht in der Kategorie Menschenrechtsbildung auch in Schulen jetzt aufgenommen. Aber natürlich fangen die oft mit den Kinderrechten an. Und das ist alles sehr komplex und die kommen oft nicht weit. Also da sind dann auch andere Institutionen gefragt. Zum Beispiel bin ich in einer Theaterinitiative, dem Jugendtheaterbüro in Berlin, in Moabit, die solche Aufklärung machen, spielerisch erarbeiten. Das nehmen Schulen wiederum auf. Trotzdem könnte man kleine Stichwortzettel machen und muss auch als NGO, die jetzt vielleicht hier mit speziell nichts zu tun hat, auf dem Stand sein und versuchen, diese Informationen weiter zu verbreiten. Damit sind wir alle irgendwie beschäftigt. Vielleicht müsste die Bundesregierung, hat ja auch so eine Pflicht, alle diese Dokumente zugänglich zu machen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Deutsche Englisch können. Sie müssen das jetzt erst mal ins Deutsch übersetzen, ins Türkisch, in die in Deutschland gesprochenen Sprachen, weil es ja auch nur sechs UN-Sprachen gibt. Und ich denke, es reicht auch nicht, dass das hier auf Internetseiten steht. Also es müsste auch in anderen Formen veröffentlicht werden. Unsere Medien wären in der Pflicht. Ich weiß nicht, warum die Tagesschau nicht abends einmal ein UN-Dokument vorstellt und in drei, vier knappen Absätzen und Bilderchen mal illustriert, was dieser Standard hier ist, was das jetzt hier bedeutet. Und Aktivisten. Also wir, wir haben sowas hier in der Tasche oder im Kopf und müssten sozusagen natürlich unsere Regierung bis zum nächsten Menschenrechtsrat und übernächsten und so weiter immer auch auf dieses Dokument hinweisen und sagen, bitteschön, hier steht einiges drin. Und ganz aktuell, oder aktuell, aber um daran anzuknüpfen, das ist ein Dokument, was der Deutsche Ethikrat jetzt dringend zugeschickt bekommen muss. Denn er hat ja irgendwie nicht so direkt gesagt, gehört verboten bei den Zwangsoperationen gegen die zwischengeschlechtlichen Kinder und hat so gesagt, manchmal ist es vielleicht nötig oder nicht. Also diese Uneindeutigkeit müsste er eigentlich nach diesem Dokument hier korrigieren. Das ist nur ein Beispiel. Was für mich, jetzt sage ich nochmal persönlich, ich habe letztes Jahr ein Mädchen beraten und ihre Familie, die eben, deren weibliche Identität von allen bezweifelt worden ist, weil sie bei Geburt anders zugewiesen worden ist, als Junge kenntlich registriert worden ist. Und die sollte hier in Berlin in die Charité eingewiesen werden und hatte auch eine Ersatzpflegerin für das Gesundheitsfürsorgerecht. Die Mutter war geschieden und plötzlich, also diese eine Ersatzpflegerin, kaum war die eingestellt, meinte, das Mädchen sei suizidal und müsste doch irgendwie, ja, also umgekehrt werden. Transgender gäbe es nicht. Das Mädchen bildet sich das ein, die Mutter bildet sich das ein. Und ja, die sollte in so eine Abteilung kommen und in so eine Behandlung, die man hiernach möglicherweise als Folter oder mindestens als brutale, unmenschliche Behandlung hätte bezeichnen können. Und das Merkmal ohne ihre Einwilligung war eindeutig, weil die war zwölf und ist heute 13 und hat immer gesagt, nicht in die Charité, nicht in so eine Behandlung, nicht auf die Geschlossene. Ich bin nicht suizidal. Ich möchte einfach nur als Mädchen leben. Und gut, wir haben das bislang in Berlin abgewendet, aber wie viele Kinder kommen in diese Charité? Also ob es zwischengeschlechtliche Kinder sind oder Transgender Kinder, die in diesen Zugriff des Gesundheitswesens kommen und solche Dinge erleben sollen, da steht nicht immer gleich eine ganze Bewegung daneben oder eine Menschenrechtsberaterin oder eine NGO oder ein UN-Bericht. Also insofern muss man jetzt wirklich diese Krankenhäuser ausfindlich machen von Berichten von Betroffenen und mit den Verwaltungen, mit dem Staat reden. Das kann ein Bundesland sein, das kann auch eine Kommune sein oder eben der Bund, je nachdem auch, wo die Gelder herkommen. Die müssen auch darüber in ihrer Verantwortung sein und sagen, Moment mal, das Erste ist, wir streichen das Geld, bis hier klar ist, dass sowas nicht mehr passiert, bis wir das geprüft haben, wie oft, wo ist es, in welchem Ausmaß passiert. Und haben wir jetzt endlich Personal, das das nie wieder macht? Also ich denke, natürlich ist so ein Dokument wichtig. Ich werde damit natürlich zu der Senatsverwaltung Jugend gehen, mit denen wir damals auch gesprochen hatten und die ganz erschüttert waren, was da in dem Einzelfall passierte. Man muss das jetzt natürlich verallgemeinern, dass wir nicht nur zufällig ein Kind gerettet haben oder Schlimmstes abgewandt haben, sondern eben, ja, dass wir das verallgemeinern, dass wir garantieren können, der Staat schützt alle und stellt alle Menschenrechte sozusagen klar, dass die auch genießbar sind, garantiert sie. Das ist natürlich de facto nicht so. Ja, hinsichtlich der Vernachlässigung der universellen Menschenrechte, also Menschenrechte der UNO fällt mir auf, ich habe mal mit Sarah zusammen geschmölkert in dem Handbuch der Rechtsförmigkeit, das ist so ein Handbuch für Gesetzgeber, also fürs Parlament, herausgegeben vom Bundesjustizministerium, da haben wir mal gesucht nach universellen Menschenrechten und da steht als einziges, was man da prüfen soll, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist also lange nicht mehr aktualisiert worden hinsichtlich der anderen Menschenrechtsverträge, die Deutschland zusätzlich zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ja selber nicht ratifiziert ist, auch eben noch zusätzlich ratifiziert hat, aber schon die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sollte man immer beachten bei jeder Gesetzgebung und die anderen hat man gar nicht mehr dazu geschrieben. Ja, das ist, ja, ich würde sagen juristisch fahrlässig, also denn die Bürgerinnen, die ja beschützt werden sollen, der Staat, wo die Gerichtsbarkeit, die Medien etc., etc., also die Gewalten eigentlich der Demokratie sicherstellen sollen, dass wir unsere unveräußerlichen, natürlichen, universellen Menschenrechte alle ohne Einschränkung genießen können, in jeder Situation, jedem Alter, in jeder Gruppe dieser Bevölkerung, gleich jeglicher Merkmale, die ja immer aufgezählt werden, Geschlecht, Rasse und so weiter und so weiter. Ja, so sollte der Staat sein, ist er natürlich lange noch nicht. Ich finde das auch eigentlich manchmal schwer, die Ruhe zu bewahren, wenn ich sehe, wie das entweder ignoriert oder aus Dummheit nicht in den Blick kommt, wenn man Debatten führt oder der Staat handelt oder selbst vor Gericht in Deutschland, aber auch in anderen Staaten, dass es noch nicht absolute oberste Prämisse ist, Menschrechtsabkommen werden Artikel für Artikel geprüft, durchgesetzt, gesichert, garantiert. Also da haben die Staaten, die zwar alle abgeschlossen und ein ganz kleiner Teil der Zivilgesellschaft, so Fans wie wir, ja, Aktivistinnen, sind dann froh, dass das da durchgekommen ist und waren irgendwie beteiligt. Aber dass man dann 80 Millionen oder irgendwie so drumherum Menschen, die hier in Deutschland die Staatsbürgerschaft besitzen und noch ein paar Millionen vielleicht mehr, die sie nicht besitzen und hier legal oder illegalisiert leben, aufklärt und sie in den Stand versetzt, dass sie das alles genießen können, was ihnen gehört an Recht oder von Richtern ihnen zugesichert wird und so weiter. Das ist nicht da. Ich weiß nicht, wer zufällig neulich bei der Diskussion über Adoptionsrecht für Lesben und Schwule die Sendung mit Jauch gesehen hat, wo der Henning Schärf war und er gegen so eine Vertreterin der völligen Ignoranz dessen, dass ein Bundesverfassungsgericht gesagt hat, okay, das müsst ihr jetzt wirklich einführen. Das haben wir jetzt schon mehrfach, aber jetzt sagen wir es eindeutig, kann nicht aufgehalten werden. Und eine Vertreterin einer Regierungspartei sitzt da und sagt, nein, machen wir nicht, nein, machen wir nicht. Und dann hat Herr Henning Schärf gesagt, also sucht es oder ein Wort, was es denn sein kann und er hat einfach dann irgendwas gesagt, ja, dann sind sie verfassungswidrig. Und die Frau hat nichts dazu gesagt, diese Politikerin, und ich denke, er hat Recht. Ich habe das auch schon öfter, ich habe dann immer rechtsuntreu gesagt. Oder eben, wenn das Handbuch über, wie heißt das Handbuch, Rechtmäßigkeit? Handbuch der Rechtsförmigkeit, was man alles abprüfen soll, wenn es, wenn es, wenn man Gesetze macht und bei anderen Sachen wie Grundgesetz, EU-Recht oder Recht vom Europarat, da ist es besser aktualisiert. Nur bei den universellen Menschenrechten hat man, außer der AMR, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ganzen Verträge, die Deutschland danach ratifiziert hat, nicht dazu geschrieben. Ja, Volker, da müssen wir da mal das Kapitel einfügen. Oder jemand finden, der es macht oder die Regierung anhalten oder das Ministerium, dass sie das mal ergänzen. Das ist ja wirklich lächerlich. Also ich meine, an anderer Stelle lassen Sie natürlich die Bundeszentrale für politische Bildung schon Bücher, die höchstens eine Schutzpflichtgebühr von vier Euro kosten, mit allen Menschenrechtsabkommen drucken. Dann müssen Sie jetzt hier auch mal jemanden mit kleinster Summe finanzieren, das nachzutragen. Nicht nur in das Buch, Sie müssen es aber umsetzen. Weil es ist ja das Traurige, dass es nicht nur in dem Buch nicht steht, dass es abgeprüft werden soll. Das Wissen bei den Richtern und Richterinnen, bei den Anwälten und Anwältinnen fehlt. Ich habe eine Gruppe von 300.000 diskriminierten Rentendiskriminierung, die ich unter SIDOR, dem Fakultativprotokoll, versuche zu beraten und wo eine Eingabe gemacht worden ist. Und da gab es einen Anwalt, der eine Expertise geschrieben hat. Den haben wir wirklich mühselig gesucht, der das überhaupt machen wollte. Und der hat gesagt, ich habe das nicht gelernt. Ich ziehe meine Tochter, die jetzt Jura studiert hat, dazu. Und selbst die hat im gegenwärtigen juristischen Studium von diesen Menschenrechtsabkommen nur im Entfernten mal was gehört. Die wusste gar nicht, dass man da was hinschicken, hinschreiben, Expertisen, Opfer vertreten kann. Also die Beschwerdemechanismen kannte sie wirklich nicht. Und ja, also ich meine, wie soll man das verpacken? Es ist viel zu tun, umgekehrt gesagt. Und es ist nicht nur an der Zivilgesellschaft, vor allen Dingen gerade nicht nur an den Opfern, dafür selber alles zu sorgen. Denn das ist geschriebenes Gesetz. Und wenn das nicht umgesetzt wird, ist es eben verfassungswidrig oder menschenrechtswidrig. Also selbst schon ein staatlicher Verstoß gegen die Menschenrechte, wenn es wirklich erstens bekannt ist und zweitens ist für unbekannte Verstöße gegen Menschenrechte der Staat auch in der Pflicht, regelmäßig alle Gesetze, alle Maßnahmen, alle institutionellen Handlungen zu überprüfen, ob nicht eine Menschenrechtsverletzung, vielleicht die doch unbekannt ist, vorliegt. Jedes Gesetz, was gemacht wird, muss darauf geprüft werden, ob irgendein Menschenrecht zum Beispiel in Zukunft, in der Folge eines neuen Gesetzes, einer neuen Maßnahme, eines neuen Haushaltsartikels, eines neuen Gegenstandes, einer Maßnahme, eines Ausspruchs eines Politikers verletzt wird. Aber diese ganzen Vorabprüfungen sind in Deutschland auch unbeliebt, weil solche methodischen Herangehen sind vielleicht von der UN erwünscht. Aber in der Politik haben wir doch noch ein gegenläufiges Prinzip, also viel zu sehr Ideologie aus dem Bauch heraus, was ich denke, was ich glaube, was meine Partei will oder nicht will. Und das spielt bei geschriebenem Recht nach solchen Urteilen spätestens, die das nochmal sozusagen verändern, das Gesetz und festhalten, mein Bundesverfassungsgericht, danach keine Rolle mehr. Da hat eine Regierung umzusetzen. Fertig aus. Das Bundesverfassungsgericht geht ja etwas wechselhaft mit universellen Menschenrechten um. Zivilpakt haben Sie schon lange angewandt, Mauerschützen 3, Bodenreform 3 zum Beispiel. Oder jetzt am 18.07. letzten Jahres gab es ein Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz. Da haben Sie ausdrücklich den Sozialpakt angewandt und die Kinderrechtskonvention. Aber es gibt relativ wenig Urteile, wo es überhaupt universelle Menschenrechte anwendet. Scheint mir so zu sein, dass die Betroffenen und ihre Anwälte es total verpennen, was geltend zu machen. Ja, es ist leider auf beiden Seiten. Also, dass Betroffene das oft nicht kennen und nicht, wie soll ich sagen, juristisch sortiert rüberbringen können, weil sie auch emotional betroffen sind. Und das verstehe ich. Aber es ist in der Tat so. Es fehlt in der Ausbildung bei den Anwälten und Anwältinnen oft, bei ganzen Generationen. Aber ich bin jetzt schockiert, dass diese junge, noch in der Ausbildung befindliche Juristin nach dem ersten Staatsexamen auch nicht zwangsläufig davon gehört hatte. Das heißt, hier ist wieder eine Generation am Start, die es nicht komplett mitkriegt. Es gibt auch eine Tendenz, dass die Bundesregierung seit Längerem, also seit gut zehn Jahren, immer auch in Gesprächen mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs, die sie ja zum Teil fördert, naheliegt, dass man sich auf die Europäische Menschenrechtscharta beruft, dass man sich auf Europa, den Rechtsraum Europa beruft. Und da ist mir in den letzten Jahren sehr oft vorgekommen, dass dagegen die UN-Menschenrechte, also wie sie in der UN, im internationalen Recht festgelegt und von demselben Staat aber ratifiziert sind, verbindlich in das Deutschrecht, in auch das Recht anderer Staaten übergegangen sind, dass die Regierungen versuchen, das so unterzubewerten oder niedriger zu bewerten als das regionale Recht innerhalb des europäischen Raums. Das ist nicht zulässig. Ich habe den Eindruck, dass es auch um Geld geht. Zum Beispiel beim UNO-Sozialsprach steht ja ein Menschenrecht für ein Höchstmaß an Gesundheit. Höchstmaß an Gesundheit, das kostet richtig Geld. Oder ein Recht auf soziale Sicherheit ist da, das kostet auch viel Geld. Und ein Recht auf gesunde Nahrung, da muss jeder genug Geld haben oder zur Not auch Gutscheine, dass er sich biologisch ernähren kann, wenn er den will. Und wenn ich mir anschaue, eine EU-Grundrechte-Charta, wo dann steht, dass die sozialen Rechte angewandt werden können, wo kein Mensch mir bisher erklären konnte, heißt das unverbindlich? Oder man wendet mal mal an, wenn man Lust hat und lässt man es sein? Und beim Europarat gibt es eine europäische Menschenrechtskonvention. Bei den bürgerlichen Rechten kriegt man Schadensersatz. Aber die sozialen Rechte von der EU, schon bei der europäischen Sozialkarte des Europarats, die sind längst nicht so weitgehend formuliert wie bei der UNO. Ich glaube, man ist einfach geizig und will deswegen die vielen sozialen Menschenrechte der UNO in den Hintergrund drängen. Ich gebe dir bei vielen Fällen auch, womit ich beschäftigt bin, zu. Da geht es auch um Geld. Also beispielsweise diese DDR-Geschiedenen Frauen, die ich da berate und wo wir da was abgegeben haben, dass der UN-CDO-Ausschuss das prüfen würde, ob er nicht ein Untersuchungsverfahren einleitet. Da geht es um Rentendiskriminierung, die im Übrigen durch den Einigungsvertrag wissentlich durch Herrn Schäuble und den anderen Unterhändler damals und viele, viele andere Beteiligte aller Parteien, außer der Linken, die aber noch nicht in der Regierung war, für die es leicht war, nichts Falsches dazu zu sagen. Alle haben gewusst, was sie einführen. Und damals war die Linke natürlich noch nicht in der Konstitution am Tisch. Das heißt, alle, die jemals mitregiert haben, alle Bundestagsparteien, also außer die Linke, haben gewusst, dass man eine Diskriminierung produziert durch einen Einheitsvertrag und folgende Rentenüberleitungsgesetze. Und ich denke, so ähnlich geht es bei anderen Menschenrechtsverstößen auch, dass oft leider auch die Regierung nicht nur die Diskriminierung schafft, erst, das ist hier sehr speziell, aber zumindest wissentlich weiterlaufen lässt. Und jeder Tag, jedes Jahr, hier jetzt irgendwie schon 23 Jahre, also mehrere Legislaturperioden in verschiedenen Regierungskonstellationen, macht daraus eine strukturelle Diskriminierung, eine schwerwiegende Diskriminierung oder Menschenrechtsverletzung, eine gravierende. Und das Schlimme ist ja, wer ist denn Mann? Mann, der Staat, das ist ja nichts Abstraktes, das sind wir. Wir haben eine Demokratie, wir sind auch eine Republik, glaube ich, heißt das immer noch. Und das heißt, wir sind da souverän, wir alle Bürger. Wir haben, wir haben, wir wählen nur so Leute, die ein paar Jahre uns dienen sollen, unsere Menschenrechte, unsere Bürgerinnenrechte, unsere Grundrechte umzusetzen, zu schützen, möglicherweise weiterzuentwickeln, unsere Diskriminierung abzuwenden und zum Beispiel, dass dieses Recht auf Wohlfühlen und Gesundheit komplett umzusetzen, was tun sie? Sie tun, also sie rechnen uns vor, da hast du recht, dass das eben immens teuer ist. Also im Fall dieser Rentendiskriminierung geht es um ein paar wirklich, also Milliarden und die versuchen die biologische Lösung. Rentnerinnen sind alt und die Rentnerinnen selber, also ich zitiere, diese betroffenen Frauen sagen, diese Regierungen warten seit 23 Jahren darauf, dass wir einfach alle wegsterben und sie sich diese nachzuzahlenden Beiträge und mittlerweile hat sich natürlich wahrscheinlich eine Art Entschädigung auch noch angesammelt, die man ihnen zahlen muss, wenn man sie 23 Jahre diskriminiert und schweren Menschenrechtsverletzungen aussetzt. Also die Regierung denke ich schon, dass die manchmal sagt, das ist zu teuer, würden wir Menschenrecht umsetzen. Bei den Frauen gab es 2003 eine interministerielle Arbeitsgruppe, die sollten eine Lösung erarbeiten und das ist, ich denke, auch sehr abstrakt zu sehen. Die haben dann gesagt, so etwas könnte man steuerfinanziert machen und natürlich jegliche Kosten von Menschenrechtsverletzungen, die man dann später im Nachhinein entdeckt und dann abschaffen will, werden in fast allen Fällen Geld kosten und das wird immer dem Steuerzahler zuläste fallen. Aber der Steuerzahler will ja auch Menschenrechte umsetzen. Er hat doch diese Regierung dazu beauftragt, also warum sollte er dagegen sein? Und diese Arbeitsgruppe hat damals gesagt, das ist zu teuer, das ist zu verwaltungsaufwendig und hat im Übrigen auch im Bundesverfassungsgericht Abweisungsurteil, das bisschen, was da drin stand, falsch ausgelegt, meiner Meinung nach. Ja, sie drücken sich um diese Kosten, weil sie vielleicht auch so Kalkulationen haben, dass das schlecht bei der nächsten Wahl ankommt. Die haben uns diese Kosten reingedrückt und so weiter. Aber nochmal, die Regierung ist nicht die, ist nicht wer anders. Das ist auch kein abstrakter Krake. Das sind wir. Das ist das Volk. Wir haben die Souveränität und wir stellen uns immer so ein Team Bundestag und Team Regierung an, die wir also eigentlich für uns arbeiten lassen wollen und die auch Verpflichtungen haben. Die müssen verfassungsrechtlich handeln. Die müssen Menschenrechte, die ratifiziert sind, umsetzen und nicht diskutieren, ob sie sie wollen oder nicht. Aber sie tun es und ich hoffe auf eine neue Generation Politikerinnen und Politiker und eine viel, viel wachsamere Zivilgesellschaft und viel mehr. Also wir müssen mehr werden, die das alles im Kopf haben und verbreiten und diese Regierung drängen, endlich das zu sein, was sie sein sollen. Die schützende Instanz, auch die Gerichte müssen die schützende Instanz sein dafür, dass wir keine Menschenrechte erleiden, Verletzungen erleiden oder Diskriminierung oder bestehende möglichst umgehend ganz, ganz schnell beseitigt werden. Herzlichen Dank. Wer sich über Marion Bölkers Arbeit informieren will, kann im Netz nachschauen unter Bölker Consult. Und wer sich über Menschenrechte der UNO informieren möchte, die Menschenrechtsverträge der UNO findet man unter unter anderem unter www.ohchr.org. Da findet man die Menschenrechtsverträge der UNO. Bevor gleich zum Ende der Sendung noch Musik kommt, möchte ich noch ankündigen, was wir in der nächsten Sendung haben. In der nächsten Sendung wird es gehen um, einmal wird es gehen um Hunger in Deutschland. Und es wird aber auch gehen um ein Umweltthema. Viele kennen diese Streifen an Himmel, diese aus Flugzeugen rauskommen. Manche sagen Chemtrails dazu. Und da werden wir ein Interview oder mehrere Interviews haben, wo es darum geht, ja, was kommt da eigentlich raus? Welche Theorien gibt es? Welche Dokumente gibt es, die besagen, was da zur Wolkenbildung beigetragen wird? Ist das gut für die Umwelt? Schädigt uns das? Darum wird es in zwei Wochen. In der nächsten Sendung am 21. März werden wir da verschiedene Stimmen zu hören. Herzlichen Dank für die Einladung an der Sendung und unseren Zuhörern dann bis in zwei Wochen. Wieder bei Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Herzlichen Dank. Vielen Dank.